So meine Freunde, hier wollte ich euch zeigen, wie man ins Schiff reinkommt. Man geht natürlich hier die Treppe hoch. So, und dann dem Schiff die Treppe wieder runter. Und an dem Staubwerk ganz unten setzt man sich hin und lockt sich aus. Beim neuen Einloggen ist man dann unterm Schiff und kann sehen, ob es sich lohnt, überhaupt durchzugehen. Jo, das war's.